Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video, zu einem richtig speziellen Video. Denn ich habe herausgefunden, wie man Leute einfach im Tresor einsperren kann. Ja, ihr wisst schon, so richtig einsperren, dass sie nicht mehr rauskommen. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe einfach in Random Duos rein, erzähle dir eine Geschichte und ja, dann lasse ich dir die wieder raus. Perfekt. Und wie das Ganze ausgegangen ist und wie die Leute reagiert haben, das seht ihr im heutigen Video. Ganz wichtig, macht das auf gar keinen Fall nach, weil ich weiß nicht, ob man dafür gebannt wird. Ich hoffe nicht, weil es war eigentlich nur ein Spaß. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr uncool. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Und tragt wie immer gerne mein Creator Code Wannabe im Itemshop ein. Hallo Maxi. Hallo. Ja, was geht? Was geht? Lass mal Lazy. Oh, let's go. Ein Deutscher. Ich muss unbedingt diese Alienwaffe finden. Die, äh, wo man Sachen grabben kann. Ich weiß immer noch nicht, wie die Waffe heißt. Entweder ist das ein Soundboard und du hast ein Alienwaffe wie Wannabe. Nein, nein, das ist kein Soundboard. Das ist alles echt. Ich bin der Echte. Aber es ist eine lange Geschichte. Oh shit, Alter. Ich merk's. Sind da viele? Ja, einer. Ich hab einen Lock. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Okay, ich könnte sterben oder ich hol dich wieder. Eins von beiden wird passieren. Wer ist da drin? Der hielt den. Easy clap, Alter. Okay, wir müssen nur Lila schaffen, ja? Dann haben wir die Waffe. Die fliegen alle raus. Ja. Weil die keine Zeit mehr haben. Eins bauen wir noch. Jetzt noch einen brauchen wir noch. Ey, ich schaff's nicht. Oh nein, ey, das kann ich wahr sein. Wie kann man so gut sein und dann so verkacken? Ey, ich hab die Waffe. Lass mal schnell nach Catty Corner. Oh mein Gott, ey, das ist eine Füge des Schicksals. Wieso? Was ist ein Catty Corner? Da gibt's einen krassen Trick mit dem Teil. Echt? Was für einen Trick? Müssen wir uns aber beeilen, ja, ja. Es gibt einen überheftigen Trick. So kommt man an krassen Loot ran in dem Tresor. Lüge. Ja, okay, die Wahrheit ist, ich mach ein Video. Geh mal kurz rein, dann rast du kurz aus und dann gehen wir raus. Okay, lass es kurz spielen. What did he say? Easy peasy. So, das ist für den Trick ganz wichtig. Bye, have a great time. Okay, Maxi, die Wahrheit ist, ich hab dich eingesperrt. Digger. Digga, lass mich raus. Das Geile ist, er denkt jetzt, wir faken das gerade, aber das ist die Wahrheit. Okay, ich hab dich nochmal angelogen. Wir faken das nicht, es war doch die Wahrheit. In Wahrheit bist du jetzt wirklich da drin gefangen. Das ist so dreckig. Ich komm wirklich nicht mehr raus. Du kommst da nicht mehr lebend raus, Maxi. Als wenn ich das faken würde. Ey, bitte, lass mich raus. Frau Maxi, iss den Apfel, dann überlebst du ein bisschen länger. Ah, da ist ein Auto. Der wird dir jetzt auch nicht mehr helfen. Maxi, sing was vor, dann darfst du raus, sonst musst du drin bleiben. Was? Was soll ich singen? Von Kappi oder so, irgendwas Geiles. Ich kann nicht singen. Das ist ein Maul. Wolle ich irgendwas singen? Oder so. Mach ein Rap. Ansonsten sieht es schlecht für uns beide aus. Äh, äh, ich kann dir Minis geben. Ne, das reicht mir nicht mehr, Maxi. Ich hab von Minis gedugt. Ich kann dir einen Sniper geben. Du musst jetzt was peinliches machen. Die Leute wollen jetzt was von dir sehen, Maxi. Wir machen es so, ich lege das Teil hier hin. Und wenn du es erreichen kannst, dann kommst du lebend raus, okay? Wenn nicht, dann bist du halt tot. Ich kann es nicht. Leg es da bitte. Ich lege es hier hin, okay? Okay, wir sehen uns dann in der Zone, Maxi, ja? Bis gleich. Okay, tschüss. Das ist so dreckig. Ich hab ihn einfach reingeschwert. Digga. Er wird dein Leben nicht mehr rauskommen. Der Arme. Ey, die nächste Zone kommt gleich. Du musst dich echt ein bisschen ranhalten. Wie soll ich denn da rauskommen? Junge. Du wolltest ja nichts vorsingen. Ne, dann sterbe ich lieber hier drin. Walla, Krise. Hat trotzdem Spaß gemacht mit dir. Kannst du da ein bisschen zugucken? Toril, Toril, ich bin auch in einem breiten Silvia. Nice. Ist das nur da, ey, okay. Hallo, Ben. Perfekt, Digga. Hi. Warten die Polizei bei dir? Bist du verhaftet, oder was? Ne, das ist die Feuerwehr. Ich öffne die Augen und beginne den Tag. Wo willst du dann? Ähm, lass mal, warte kurz. Da, wo die UFOs runtergehen. Lazy Lake. Ne, Misty ist das. Lass mal das Minispiel machen. Ich brauche so eine spezielle lila Waffe. Zwölf Sekunden später. Die hat die... Ey, ich war nicht so geplant. Ich hab die Waffe. Let's go. Oh mein Gott, ey. Wir werden geplant, die Tat zu setzen, das wird so geil werden. Hier ist ein Lagerfeuer, komm mal für hin. Ja, ich komme. Kannst du gleich mal gucken, ob ein Tresor was drin ist? Jetzt geht's los. Ich hab kein, äh, genug Match mehr. Äh, ja, waren da sind. Bye, have a great day. Was machst du? Ja, ich muss raus. Hallo? Ja? Komm raus. Ich kann das nicht mehr machen. Ja, ich kann mich nicht raus. Ich hab mich gefangen genommen. Okay. Das war von Anfang an mein Plan, ehrlich gesagt. Es ist so schlecht geworden. Es ist so schlecht. Um mich mal wieder, wenn's geht. Ansonsten kommst du auch nie wieder raus. Guck mal, ob ich das entfernen kann, okay? Leute, ich hab so eh geklappt. Also, ich werd jetzt sterben. Oh, shit. Nein, du kommst doch nicht mehr raus. Okay, der Plan ist gescheitert. Oh, was ist ich nicht aufgeregt? Ich hoffe, mir geht's jetzt. Was kämpft der gegen mich, hä? Bulldozer, hä? Was kämpfst du gegen mich? Oh, oh. Ich bin Profi, Alter. Der Profi. Komm schon, jetzt musst du nur noch die Waffe finden. Dann können wir gleich den Magic Trick zeigen. Und jetzt müssen wir hier die Kiste nehmen. Okay, ich hab die Waffe schon. Oh, ne goldene Tag. Ich hab ne Tag. Ne goldene? Wieso denn ne goldene haben? Oh, so viele schöne Sachen. Okay, welche Waffen hast du jetzt? Ich glaub, ich hab ne Deagle. Ne P90 und ne Tag. Okay, easy. Das hört sich gut an. Dann holen wir jetzt noch die legendären, die mythischen Waffen. Und dann sind wir so good to go. Ich hab gleich ein Medikit für dich. Okay. Ich glaub, hier sind Gegner. Ich werf das mal da rein, ja? Okay. Check mal ab, ob hier irgendeiner ist. Okay, wird es da reingehen. Und die Party wird es gleich beginnen. Bye, have a great time. Einfach Dresort, ja. Okay, ich will dir die Wahrheit sagen. Mein einzigstes Ziel war, dich hier einzuschweren. Das tut mir echt leid. Der kommt hier nicht mehr raus. Ich kenn dich. Ja. Und dann weißt du auch, was ich so anstelle. Nämlich nur Blödsinn. Ja. Aber ist mir eigentlich auch egal. Wer will jetzt wieder drinbleiben? Wir machen den Deal, okay? Wenn du was Lustiges machst, dann darfst du wieder raus. Sonst musst du drinbleiben. Das ist was Lustiges. Weiß nicht, singen zum Beispiel. Das wäre geil. Oder rappen. Ich kann nicht singen. Halt dein Maul. Ich bin im Stimmenbruch. Ich kann nicht singen. Ey, guck mal, die Zone ist genau hier. Du könntest ganz knapp überleben. Du hast keinen Schaden, oder? Nee, kann ich eben nicht. Wir schaffen das schon. Du wirst überleben. Du musst aber was Witziges machen. Für die Community. Wo hab ich die Waffelbobst? Warte mal, wo hab ich die Waffelbobst hingetan? Sonst kommst du ja gar nicht mehr raus. Warte mal kurz. Hier, da ist die. Kannst du die picken? Hilfe! Hilfe! Es ist so schlecht. Es ist so gemein. Ich konnte, ich konnte picken. What the... Nein, jetzt grad nicht. Komm, wenn du die Waffe picken kannst, kannst du ja rauskommen. Du bist scheinbar nicht so der Lustige, glaube ich. Okay, war nett, dich kennenzulernen. Nein, ich habe vergesst. Ich kann nicht, Leute. Ich kann nicht. Ich hab noch Chilis hingeworfen. Schnell. Nein. Egal. Aha. Du hast dein Bestes gegeben. Es hat Spaß gemacht. Okay, tschüss. Ich hol den jetzt raus, Leute. Es macht doch gar keinen Sinn, ey. Aber der akzeptiert sein Schicksal. Wie? Komm, ich hol dich wieder. Du hast ja gar nicht die ganze Heilung mitgenommen. Weißt du was? Wir machen das anders. Pimpiss dich, Junge. Nein, have a great time. Ich bin gleich tot. Ich bin jetzt mit drin. Ach nee, ich sterbe an Zone. Oh nein. Oh nö, das ist gar nicht witzig. Das war echt lustig. Guck mal, hier war die ganze Heilung. Schade. Ich ziehe jetzt weiter. Du weißt, ich kann fliegen. Ja. Ich bin gespannt. Okay, bist du bereit? Ich fliege jetzt. Mach's gut. Bye, have a great time. Okay, bin wieder da. Oh, ich hab die Waffe. Ich hab die Waffe für dich. Hast du die? Let's go. Ey, ich hab die auch. Ja, ich hab die Waffe. Und ich hab gar nicht aufgenommen bis hierhin. Ihr wisst gar nicht, was abgeht. Ich hab hier Lanky getroffen. Der heißt eigentlich Julius. Und wir haben es gerade geschafft, Lila zu holen. Soll ich hier was abhauen, oder? Bye, have a great time. Lol. Das war's schon. Stop right there. Nein. Ey, shit, du hast die Waffe ja auch. Scheiße. Nein, Gegner. Hey, shit. Scheiße. Fuck. Der hat nicht selber getroffen. Nein, bitte. Ich will nicht sterben. Ich bin auch zu jung. Nein. Ich bin euch auch tot. Nee, shit, der hat die Waffe ja auch gehabt. Egal, hau ab, hau ab. Lass mich zurück. Lass mich zurück. Ich bin irgendwie nicht mehr so Luft gewährt. Ich klär das. Ich lass dir keinen zurück. Ich sperr den jetzt ein. Wo ist das Teil? Oh mein Gott, stimmt. Ich sperr den ein. Nein, hab ich will. Aha, der kommt. Nein. Aber ich glaub, der hat meine Waffe eingesammelt. Boah, der kommt gar nicht raus. Der kommt da gar nicht mehr raus. Wenn er die Waffe hat, okay. Shit, der hat die. Ja, aber guck mal, der ist jetzt stuck, ne? Der kommt aber nochmal raus. Da kommen noch mehr Gegner. Ah, DJ, das war's. Das war's, glaube ich. Oh no. Egal. Hauptsache, er killt mich noch. Shit, ich hab nicht mal ihn einsperren können. So schlecht. Okay, Leute. Für den nächsten Zaubertrick hab ich jetzt Senf dabei. Ihr wisst genau, Senf ist ein absolut ruhiger Kerl. Und wenn wir den Trick gleich anwenden, der hat diese Zauberhände. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Das laberst du. Ich werd jetzt Senf gleich erklären, wie der Trick funktioniert. Ja, und dann ziehen wir den einfach durch. Ganz einfach. Ist das die Waffe hier? Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Nimm mal das Mediket, damit du Fool bist. Nimm mal alle drei. So, wie war das jetzt? Jetzt muss ich die Minis nehmen. Ich muss kurz die Pumpkin hier platzieren. Das laberst du. So. Okay. Wer von meinem Stoffel nicht mehr drin sein muss? So, du musst da drin sein. Das ist ganz wichtig. Have a great time. Weil die Wahrheit ist, jetzt kommst du nicht mehr raus. Aha. Ich komm da raus. Du kommst da nicht mehr raus. Guck. Ich muss raus. Das war der geheime Trick. All das nur dafür. Das ist so eklav. Ich würde jetzt gern dein Gesicht sehen. Ich geb dir jetzt meine Waffe wieder. Du kommst da nicht mehr raus. Okay, Senf. Dann bis später, ne? Ich lass dir noch ein bisschen Heilung hier. Ich muss jetzt los in die Zone. So, Kohl und so nehm ich noch mit. Ich verlass, ich verlass jetzt. Nein, bleib drin. Hör auf. Nein, bitte. Mach mich nicht raus. Ne, Digga. Ich muss los. Ich muss nach Hause, Alter. Nein, bleib doch drin. Die Zone ist doch hier. Okay, ich mach auf, okay? Aber ich weiß nicht, wo das Teil ist. Warte kurz. Immer die Heilung hier. Ich kann das nicht nehmen. Du hast das in deinem Inventar. Ich hab das wirklich nicht im... Ich schwöre... Doch, hab ich wohl, Leute. Ich hab das wirklich im Inventar. Was soll ich sagen? Boah, weißt du das? Überlebst du das? Du hast doch noch Medi-Kids, oder? Nein. Da hinten sind doch drei Medi-Kids gewesen. Hallo, ich helfe dir. Ja, ich mach doch gerade. Das ist so geil. Geh nochmal da rein. Ich mach, Baby. Was, kannst du das jetzt hier nehmen? Ja, ich kann... Ach so. Ja, Karte. Und jetzt... Und jetzt schmeißt mich... Schmeißt mich weg. Schade. Wir brauchen jemanden, der voll ausrastet. Dann zeigen wir ihm auch diesen Trick und dann sperren wir den einfach da ein und lachen den aus. Okay, ich hab ihn... Ich hab ihn in die Gruppe eingeladen. Ja, okay, okay. Ich finde, das geht. Machst du ein Video? Ja, ja. Hast du Bock mitzumachen? Ja. Wobei denn? Äh, ich hab so einen geheimen Trick gefunden. Okay. Ja. Oha, ja. Okay, let's go. Coolköpfe und so. Ich hab auch noch Medi-Kids. So. Okay, Groot. Mach mal bitte auch die Kiste da auf. Ich muss... Ach, du sollst auch Muni? Nee, nee, ist schon okay. Bye, have a great time. Die Weide ist nämlich... Ich wollte dich eigentlich nur hier einschweren. Ey. Ey, stimmt. Da kommt die raus, ne? Nein! Nein, bleibt drin! Nein! Nein! Nicht! Nicht mit Nils! Tschüss! Kannst du mein Braxys ausprobieren? Kannst du mein Braxys ausprobieren? Kannst du mein Braxys ausprobieren? Ja, der fällt auf sowas nicht rein. Sit, ey. Ja. Weil ich hab noch ne one-time, ne graue. Ja, ich nehm einfach die Sachen hier wieder auf. Ja, aber den Trick muss ich mal bei meinen Freunden ausprobieren. Nein! Have a great time! Hier, warte! Ich hab ne... Äh, ich hab die andere... Ey! Doppelt hält noch besser! Nein, bleibt da drin! Nein! Er kommt da nicht raus, oder? Vielleicht jetzt Toilette? Bleibt da drin? Nein! Bleibt da bloß drin? Ey! Wir haben's geschafft! Der ist kurz davor, da rauszukommen. Das gefällt mir nicht. Äh... Oh Mann! Es wird nix! Ja gut, ähm, Groot. Das war ne nette Zeit mit dir. Die Zone kommt, ich muss dann auch los, ne? Ich muss dann los, ja? Okay. Weil sonst bringt mich die Zone um. Okay. Weil sonst bringt mich die Zone um. Als ob du die schon bekommen hast. Mann! Hä? Die ist doch schon ganz nah dran. So! Weg damit! Weck damit! Hä? Das gibt's doch gar nicht! Ich bin Hacker! Der Team ist einfach zu heftig! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Der Trick ist zwar gut, aber er ist besser! Hast du's doch schon bei anderen gemacht? Ja, ja! Bei ganz vielen schon! Haben die's auch geschafft? Nö! Einer ist drin geblieben. Der ist ja verreckt! Na ja, Freunde. Das soll's für's heutige Video gewesen sein. Wenn euch das ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.